Hallo und Willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit dem neuen Add-on. Und zwar müssen wir die Quest machen, den Himmel entreisen. Findet heraus, was mit der Paktflotte geschehen ist. Ja, ja? Müssen wir jetzt mal gucken. Aber erstmal, hier, wo ist der Backe? Ich bin nämlich richtig im Arsch. So. Dann geht's nämlich jetzt mal weiter. Ja, in Stunts betreten. Möchtet ihr eure Geschichte fortverändern, dem Himmel? Ja, will ich. Tja, es lädt und lädt und lädt. Mal gucken. Untersucht das Wrack. Brahms da und Rux. Was machen, Leute. Mordremos hat den Pakt schwer getroffen. Wir müssen den anderen jetzt zu Hilfe kommen. Müssen wir? Boah, hier qualmt das. Wie willst du? Das ist ein bisschen so. Ah, ah, ah. Shake, shake. Shake, shake, shake. So, jetzt kicken wir mal hier runter. Okay. Okay. Ach, ihr Götter. Was für ein Haufen Trümmer. Mit einem Massaker hatte ich gerechnet. Aber das... Mordremos hat tatsächlich die ganze Flotte vom Himmel geholt. Bei den Geistern. Könnte doch jemand überlebt haben. Wir müssen da runter. Schnell. Ich sehe ein Lager. Lager heißt Überlebende. Gehen wir. Braham! Komm zurück! Oh, jetzt rennt der auch noch vor. Bleib hier. Braham. Hallo. Bleib stehen. Ich hau dich auch nicht mit meinem Schwert. Es ist immer ein Tritt in die Nüsse. Oh, ihr verzeugt schon. Alter, ihr verzeugt schon. Gehts noch? Ich bin erst der Geikens Sohn. Ich will wissen, wo sie ist. Braham. Ihr könnt nicht einfach so losrennen. Wir sind in feindlichem Gebiet. Larantir. Freut mich, dass ihr noch lebt. Ich brauche sofort einen Statusbericht. Ihr seid ein willkommener Anblick, Kommandeur. Die Lage ist trostlos. Mordremos hat die Flotte völlig vernichtet. Der Pakt ist am Ende. Schwaherne und die Klinge des Schicksals hat man gefangen genommen. Sie leben, werden aber vermisst. Und die übrigen Soldaten vertrauen mir nicht mehr. Und das überrascht euch? Scarlet, Aaron und jetzt das hier. Mordremos lässt seine schmutzigste Drecksarbeit doch immer von Silvari verrichten. Wir müssen die Verteidigung hier ausbauen. Unser Hauptaugenmerk sollte der Bergung von Waffenteilen an der Absturzstelle gelten. Was wird aus unseren Kameraden in der Höhle? Der Pakt lässt die Seine nicht im Stich. Seht euch doch um. Den Pakt gibt es nicht mehr. Und die Gefangenen, die ihr retten wollt, sind vermutlich bereits tot. Denkt doch einmal drüber nach. Wir brauchen mehr Leute. Sonst wird jeder Bergungstrupp, den wir aussenden, verschwinden wie die anderen. Das hilft uns nicht weiter. Sagt uns einfach, wo die Klinge des Schicksals ist. Bitte. La Rantir, haltet euch bereit. Ich muss mal darüber nachdenken. Okay, also was die Qualifikation für Eingraben helfen die Soldaten beim Aufbau ihrer Verteidigung. Also wir müssen erstmal auch definitiv die Verteidigung verstärken. Entscheidet euch, ob ihr nach den Gefangenen suchen oder die Verteidigung des Lagers verstärken wollt. Ich soll mich jetzt entscheiden? Ja, da sind die aber schutzlos hier, ne? Was ist hier mit? Die Klinge des Schicksals wurde auch gefangen genommen. Renten wir La Rantirs Soldaten, finden wir vielleicht eine Spur. Konzentrieren wir uns auf den Schutz der überlebenden Soldaten. Wir sollten ein paar Turmersatzteile auftreiben, um diese Stellung zu sichern. Diesmal hat La Rantir recht. Wir müssen die Paktgefangenen befreien. Logik und Pflicht verlangen es. Also zwei Leute sagen, wir sollen dorthin. Also machen wir das. Es war mir nicht möglich, meine Truppen weigerten sich ihr Leben dadurch zu riskieren, dass sie meinen Befehl Folge leisten. Vor allem, weil es sich bei den Gefangenen um Silvari handelt. Sie fürchten, ich führe sie in die Falle. Sie werden mir folgen, lasst uns mit dieser Rettungsmission beginnen. Alle Mann herhören. Wir haben eine schwere Schlappe erlitten. Aber wir sind noch längst nicht geschlagen. La Rantir ist immer noch euer befehlshabender Offizier. Und ich vertraue ihm voll und ganz. Klar? Ja, Kommandeur. La Rantir wird sich dem Bergungs- und Rettungstrupp anschließen. Alle, die nicht zum Trupp gehören, grabt euch ein und baut diese Position aus. Und jetzt folgt mir. Machen wir uns an die Arbeit. Wir sollten keine Leben mehr riskieren, um Silvari-Gefangene zu retten. Sie sind bereits fort. Die Silvari gehören Mordremoss. Nicht alle von uns. Die Verlorenen, die Wildschwachen, diese Silvari sind verwundbar. Der Rest von uns wehrt sich. Er hat recht. Mordremoss will, dass wir uns gegeneinander wenden. Wollt ihr dem Feind in die Hände spielen? Nicht in diesem Leben. Geht nur. Rettet eure Gefangenen. Ich bleibe hier und beschütze die Kameraden, denen ich trauen kann. Bisschen die jetzt auch nicht, die Eule. So, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen... Ah, da hinten auch. Okay. Schaut nicht so besorgt, Ray. Er kann auf sich selbst... So. Wir müssen... Ergerteilt nicht. Aber spart ich nicht. Geht quasi rein, ich hab jetzt... Blutspur, aber keine Leichen. Sieht nicht gut aus. Dann, äh... Stoppt sie! Haltet sie von den Käffigen fern! Ich schaffe das nicht allein! Ich fühle mich... Alter, was war das? Hört mich irgendwer! Wir sind hier oben! Kommandeur! Das wo? Habt ihr das gehört? Es kam von über uns! Vom oberen Treppenabsatz dort! Der Gegner sammelt Leichen und Gefangene! Das ist das erste Mal, dass wir einen Eindruck davon bekommen, wo sie landen! Ah, okay. Wir müssen hier hoch. Okidoki! Dann machen wir das doch! Hallo! So! Vorne sind noch zwei! Holt uns hier raus! Das ist ja einer, Alter! Wachmannrecken! Ähm... Gibt's hier noch irgendwas? Was? Das müssen wir so suchen können... Ne, ist nicht raus! Ok... Wie nett, dass ihr uns besuchen konntet! Oh! Das hat weh getan! Du spürst das Adrenalin! Du... 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 Ziel... Objekt! Erledigt! Ich bin bereit den Gegner zu erledigen! Ich brauche nur mein Gewehr und freie Schussbahn! Ok... Seid gegrüßt, Futter! Mordremos hat mit euch allen viel vor! Gewinne Adrenalin! Ah, ok! Herziger Beschuss! Adrenalin aufgeführt! Ich muss erst mal wieder reinkommen werden in das Spiel! Es gibt keinen Kochkommandeur! Ihr wenigst alle den Jungen anziehen! Ich bin überall! Wow! Alter Schwede! Eine Charme kriegt man gleich! So geht das! Boss! Eure Feinde sind hier! Helft euren Dienern, sie zu vernichten! Ach, Scheiße! Was geht denn jetzt ab? Geht's noch? Ich fühle mich! Starr! Scheiße! Fuck! Hier komm! Der fällt doch gleich! Der fällt doch! Der fällt doch! Komm! Machen! Machen! Kaputt! Ich muss wieder aufstehen! Die Schacht kriegt man klein! Ihr verliert! Sterb wird verfault! Alter! Wir sollten lieber wieder zurück zum Lager! Gut, dass ihr lebt! Wir hatten schon das Schlimmste befürchtet, nachdem ihr verschwunden seid! Uh! Was war denn los hier? Mordremos Streitmacht hat uns überwältigt! Sie haben uns hier eingesperrt, mit Leichen von der Absturzstelle! Die anderen haben sie nach Süden gebracht, um sie in die Armee des Dschungeldrachen einzureihen! Wir wären die Nächsten gewesen! Uns hat er nicht verdreht! Und nun werden wir es Mordremos Horden gebührend heimzahlen! Ich hoffe, das ist der Beweis für meine Worte! Wenn wir zusammenarbeiten, muss nicht alles verloren sein! Da hat er wahrscheinlich recht!